hey leute was geht es SK und ich wollte nur eine kleine ansprache halten dass die nächsten zwei bis drei wochen keine musik produzieren können weil prüfungen anstehen und lernen ist das ziemlich stressig und ja es kann sein dass es vielleicht irgendwie stream cuts oder gameplay kommt dass ich das noch schneiden kann aber musik auf jeden fall in den nächsten drei wochen nicht dafür gibt es hier am ende gibt es noch was zum hören und ja dann wünsche ich viel spaß mit dem song und bis in zwei bis drei wochen Purchase your tracks today lass uns gehen lass uns gehen wir haben einen weiten weg komm lass uns gehen sie werden es schon verstehen lass uns gehen lass uns gehen lass uns gehen lass uns gehen wir haben einen weiten weg komm lass uns gehen lass uns gehen lass uns gehen ja 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 aber den weg auf mich genommen und gesagt eine kleine pause haben wir parat immer mit mut und allen dingen auf meine seite ziehen um den feind zu bezwingen doch es passt nicht wie es will ob ich fifa weiter chill machen wett wie den kill es waren schöne zeiten und die kommen auch wieder alle schwer bedorfen wie die verlierer ich gebe alles um schnell zurück zu sein doch die kraft von euch setzt sich für die musik ein neuer song neue lieder zwischendurch ein stream oder fieber aber sonst bin ich immer für euch da nahm ich nehme mein leben und es gewarrt da 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 CP Lass uns gehen lass uns gehen wir haben einen weiten weg komm lass uns gehen sie werden es schon verstehen Ich muss kämpfen, um die Taktik zu lernen, Gegner abzuschlachten, doch alle selber ins Verderben. Zirke alles bis auf die Sekunde raus, doch ich bin tapfer und halt die Stiche aus. Alle am Brennen, es ist ein wahres Verderben, wo ist die Taktik, wo sind die Helden? Ich könnte sein, was ich will, egal ob Soldat, Pilot oder einfach ein Grill. Spiele haben es möglich gemacht, doch die Gesellschaft drängt uns davon ab. Es ist Zeit zu wissen, wer du nun bist, was du nun machst und was deine Geschichte ist. Stell dir vor, es wäre dein Spiel, deine Feinde, deine Ziele und jetzt bist du hier. Also mach was raus, sei dein Held und kick die anderen raus. Lass uns gehen, lass uns gehen, wir haben einen weiten Weg. Komm, lass uns gehen, sie werden es schon verstehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, wir haben einen weiten Weg. Komm, lass uns gehen, lass uns gehen, oh, lass uns gehen, ja, ja, ja. PEX 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 Vielen Dank.